2007 verschwindet die damals dreijährige Mehdi aus einer Ferienanlage an der Algarve im Süden Portugals. Jahrelang tappen die Ermittler im Dunkeln, nun hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Mordermittlungen gegen einen 43-jährigen Deutschen aufgenommen. Der Mann lebte laut BKA zwischen 1995 und 2007 regelmäßig im Süden Portugals, unter anderem in diesem Haus in der Nähe von Lagos. Dort soll er Gelegenheitsjobs gehabt haben, etwa in der Gastronomie. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass er in Hotelanlagen und Ferienwohnungen eingebrochen sein könnte und mit Drogen gehandelt hat. Der Tatverdächtige ist wegen mehrerer Sexualdelikte vorbestraft. 2019 wurde er vom Landgericht Braunschweig wegen der Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Bürgerin in Portugal zu sieben Jahren Haft verurteilt. Laut Medien brach er 2005 in ihr Haus ein, schlug sie mit einem Metallobjekt und vergewaltigte sie im Anschluss. Diese Strafe hat der 43-Jährige noch nicht angetreten. Medienberichten zufolge wurde er zudem 1994 und 2013 wegen Sexualdelikten an Kindern verurteilt. Der Mann verbüßt derzeit in Kiel eine längere Freiheitsstrafe in einer anderen Sache. Untertitelung des ZDF für funk, 2017